Ich glaube, es geht nicht um Geld, sondern es geht um Fokus und Energie. Gleichberechtigt bedeutet, dass die Berichterstattung für uns jetzt in allererster Linie mal keinen Unterschied macht, ob es ein Formel E-Rennen ist oder ob es ein Simracing-Event ist oder ein GT-Rennen oder jetzt in Zukunft ein LMDH-Rennen. Herzlich willkommen zu Beyond Simracing, dem Interview-Podcast von Virtual Racing. Mein Name ist Kurt Blumenthal und ich interviewe für euch in diesem Podcast die spannendsten, besten und interessantesten Simracing-Akteure Deutschlands. Unser heutiger Gast ist Rudolf Dittrich. Rudolf Dittrich hat in seiner beruflichen Laufbahn in den wichtigsten Motorsport-Serien der Welt gearbeitet. Neben Mitarbeitenden im Formel-1-Team von BMW Williams und BMW Sauber leitete Dittrich zuletzt sogar die DTM-Abteilung von BMW. Seit einigen Jahren beschäftigt sich Dittrich allerdings auch mit Simracing. Als Head of BMW Simracing brachte er in den vergangenen Jahren das Simracing-Programm des bayerischen Automobilherstellers auf den Weg. Im Podcast erzählt Dittrich, wie ein Formel-1-Simulator Anfang der 2000er aussah und was BMW mit dem Simracing-Programm alles erreichen möchte. Wir wünschen euch viel Spaß bei Beyond Simracing mit Rudolf Dittrich. Herr Dittrich, ich freue mich sehr, dass Sie hier heute zu Gast sind im Podcast. Ja, Sie sind, das haben wir gerade schon besprochen, ganz lange schon im Motorsport dabei und tatsächlich auch über einige Jahre in der Formel-1 mit BMW Williams und BMW Sauber. Aber vielleicht erst mal als erste Frage, wann hatten Sie den ersten Kontakt mit Simracing? Ich denke so ein bisschen in Form von Simulatoren schon damals im Motorsport bei der Formel-1, oder? Absolut, ja. Also erstmal auch vielen Dank von meiner Seite, dass Sie mich heute da eingeladen haben zu Ihrem Podcast. In der Tat, 2002 meine ich war es, haben wir angefangen, einen Simulator bei Williams zu bauen. Und damals war eine ganz andere Zeit. Es gab nicht die Rechenleistung, es gab nicht die Hardware, die man heute ja schon im Endkundenbereich, im Consumer-Bereich findet. Also es war eine ganz andere Zeit. Wir haben tatsächlich damals mit der Air Force zusammengearbeitet, weil das die einzigen anderen waren, die Simulatoren in der Art hatten. Und ja, haben damals schon Simulatoren gebaut mit tatsächlich ähnlichen Zielen wie heute. Ein wichtiger Bestandteil nach wie vor der Simulatoren ist die Rennvorbereitung. Ein anderer Teil ist die Fahrzeugentwicklung. Und von daher, die Ziele haben sich nicht geändert. Aber glücklicherweise die Rechenleistung und die verfügbaren Technologien, ja, heute ist ein bisschen einfacher. Können Sie das vielleicht mal ein bisschen beschreiben, wie der Simulator damals aussah? Sie haben ja schon gesagt, das war ganz anders als heutzutage. Ich glaube, viele unserer Zuhörer haben auch mal einen Formel-1-Simulator zumindest entweder im Video oder im Fernsehen gesehen. Wie sah das damals aus im Vergleich zu heute? Den ersten, den wir damals gebaut hatten, der ist tatsächlich vergleichbar mit dem, was man sich heutzutage zu Hause hinstellt im Simracing-Bereich. Unsere Maxime damals war, und ich glaube, die war auch richtig, alles, was wir nicht sehr gut nachbilden können, bilden wir gar nicht nach. Und die Moving-Plattformen waren damals noch nicht auf dem Niveau, wie sie es heute sind. Und deswegen haben wir uns in der ersten Ausbaustufe bewusst dagegen entschieden, gleich eine Moving-Plattform zu bauen. Das heißt, man saß wirklich in einem Cockpit, okay, weil wir es halt hatten, war es in dem Fall ein Original-Formel-1-Cockpit. In dem Cockpit waren die entsprechenden Aktuatoren für Lenkrad und Pedalerie verbaut, um auch das Gefühl gut wiederzugeben, was Lenkung, was Bremse angeht. Und dann war vor dem Cockpit ein damals schon gewölbter Screen und das war damals schon eine ziemliche Herausforderung, gewölbte Screens zu bauen. Und dahinter waren entsprechend mehr Rechner, weil es damals nicht möglich war, die komplette Simulationsumgebung, Strecke, Fahrzeugmodell etc. Alles auf einem Computer laufen zu lassen, deswegen war das auf mehrere Rechner verteilt. Und so war das Setup, genau. Das hört sich sehr spannend an. Und dann, wann hatten Sie persönlich das erste Mal Kontakt mit dem Simracing, wie man es heute kennt? Haben Sie sich dann irgendwann auch mal so einen kleinen Simulator zugelegt, privat? Nein, ich selber habe die Zeit nicht investiert, weil das muss man ja wirklich dann mit sehr viel Leidenschaft machen und auch viel Energie reinstecken, damit es auch richtig Spaß macht. Weil es ist ja doch ein Unterschied, Simracing zu betreiben und einfach mal ein bisschen Computer-Dachln, Arcade-Gaming nennen wir das. Der Unterschied ist ja auch heute noch signifikant und ich bin über das Arcade-Gaming nie hinausgekommen. Jetzt sind einige Jahre vergangen und jetzt sind Sie tatsächlich federführend mit dabei bei BMW mit der Simracing-Abteilung. Können Sie uns vielleicht mal erzählen, wann hat BMW das erste Mal die Bedeutung von Simracing, wie wir es heute kennen, wahrgenommen? Das ist eigentlich schon sehr früh passiert. Es gibt schon immer oder schon sehr, sehr lange Fahrzeuge von BMW in den entsprechenden Plattformen. Und auch unsere Werksfahrer nutzen die Simracing-Plattformen auch für sich privat schon sehr, sehr lange, um sich auf Rennstrecken vorzubereiten. Insofern, wie gesagt, haben wir da schon lange Kontakt auch zu den entsprechenden Simulations-Plattform-Herstellern wie Assetto, iRacing, Affect und wie sie alle heißen. Und wurden dann dadurch auch schon vor einiger Zeit Teil der Community. Also es geht schon viele Jahre zurück. Wann kam dann die Entscheidung, quasi ein richtiges Simracing-Programm aufzusetzen? Das war dann ja 2019, 2020 so rund um den Dreh? Genau, Anfang 2019 gab es dann im Rahmen von 24 Stunden Le Mans das erste offizielle Event BMW 120 at Le Mans. Und aus dem heraus haben wir dann das komplette Programm entwickelt, so wie man es heute kennt. Damals fand dann auch im Dezember das erste Sim-Live-Event statt, was ja sich inzwischen schon so ein bisschen zu einer Institution entwickelt hat. Und ja, genau das waren die Anfänge von dem Programm. Und die Idee war von Anfang an ein sehr, sehr breites, umfangreiches Programm zu machen, das verschiedene Facetten abdeckt vom Simracing, weil, wie ich es vorhin schon gesagt habe, wir uns wirklich als Partner und auch Bestandteil der Community sehen und gemeinsam mit der Community das Thema weiterentwickeln wollten. Welche Rolle hat dabei dann auch die Corona-Pandemie gespielt? Weil die hat ja dem Simracing auch auf der großen Fernsehebene, auch bei den Herstellern, nochmal einen enormen Push gegeben. Absolut. Also das war schon faszinierend mitzuerleben, was das für ein Momentum generiert hat. Aber für uns hat es ehrlich gesagt keinen Einfluss gehabt, weil wir, wie gesagt, unser Programm schon vor Corona aufgesetzt haben. Aber durch Corona hat es natürlich einen wahnsinnigen Schub erlebt, ein wahnsinniges Momentum bekommen. Und wir haben uns halt sehr darüber gefreut, wie breit es dann auch angenommen wurde. Ich meine, die Leute saßen zu Hause, haben zum einen natürlich auch Unterhaltung gesucht, wollten unterhalten werden. Und da kommt man die Bestandteile des Programms, die wir uns vorher überlegt hatten, voll ausspielen. Und es ist natürlich dann im Zuge der Pandemie auch noch schneller gewachsen, weil dann eben plötzlich Simracing direkt im Primetime-TV gezeigt wurde. Was natürlich zu dem Zeitpunkt, wo wir das Programm aufgesetzt haben, noch gar nicht die Rede war. Aber das Programm selber, wie gesagt, war aufgesetzt. Aber der Impact wurde sicherlich durch Corona erhöht. Wie schwierig war es dann, als das ganze Thema aufkam, man das geplant hat, organisiert hat, wie schwierig war es da, die Funktionäre zu überzeugen? Also ich denke mal, bei BMW, so ein großes Unternehmen, da geht das ja relativ weit hoch, muss ja abgewunken werden. Und ich denke, jemand, der damit nicht so viel zu tun hat, der denkt sich auch erst mal, ist das nicht einfach nur irgendeine Spielerei? War es schwer, die zu überzeugen oder waren die relativ schnell im Boot? Nein, es war eigentlich überhaupt nicht schwierig. Die Leute waren sehr aufgeschlossen dem Thema gegenüber. Also man hat natürlich schon gewusst, dass das ganze Gaming-Thema auch in anderen Bereichen Stadien schon füllt, auch vor Corona. Und für uns war immer der Plan, dass wir das einfach als zusätzliche Sportart sehen. Genauso wie es eben Rallye gibt und Formelrennen, war es für uns halt einfach eine weitere Disziplin. Und so haben wir das als Säule im Motorsportprogramm aufgenommen. Und das wurde sehr schnell verstanden und akzeptiert. Mit welcher Zielsetzung wurde dann damals das Projekt aufgesetzt? Gut, es gibt da mehrere Dimensionen. Ich habe es vorhin schon erwähnt, das Programm ist relativ facettenreich. Und über diese Facetten bedienen wir auch die verschiedenen Aspekte der Ziele. Also das eine ist, wir möchten als allererstes natürlich BMW als Premium-Hersteller mit einer starken Motorsport-DNA im Simracing-Bereich etablieren und da die Führungsposition erhalten. Es erlaubt auch innovative Impulse zu setzen und es war auch schön zu sehen, dass man das dann auch mitgestalten kann. Wenn man sich überlegt, Formel 1 gibt es jetzt seit vielen, vielen Jahrzehnten. Da sind die Mechanismen, die Pfade etabliert. Im Simracing ist das alles noch sehr viel jünger und damit bietet es natürlich auch einen Gestaltungsspielraum. Und man spricht natürlich auch andere Zielgruppen an, was natürlich ein zusätzlicher Aspekt ist, der interessant ist. Darüber hinaus ist natürlich das Thema, die Synergie mit dem Motorsport an sich sehr spannend. Wir haben vorhin schon über Simulatoren gesprochen, das heißt, die technischen Aspekte genauso wie die sportlichen Aspekte sind interessant. Und ich glaube, wir haben gerade auch, was das Thema Technologien angeht, das ein oder andere Highlight auch setzen können die letzten Jahre. Und der letzte Aspekt, den ich nennen möchte an der Stelle, ist das Thema Nachwuchsförderung. Das heißt, wenn man an der Community dran ist, live miterlebt durch die verschiedenen Formate, wer sich da wie etabliert, dann ist es natürlich auch schön, wenn man das zum einen mitverfolgen, aber zum anderen vielleicht auch unterstützen und weiterentwickeln kann. Können Sie jetzt heute schon sagen, dass davon alles umgesetzt wurde und auch so geklappt hat, wie man es sich vorgestellt hat? Ja, also umgesetzt haben wir alles tatsächlich. Funktioniert hat es auch, aber natürlich haben wir auch gelernt. Also wir sind da reingestartet mit bestimmten Vorstellungen und Zielen. Und das ist das Schöne an dieser jungen Sportart. Man kann halt auch Dinge ausprobieren und auch adjustieren, wenn man merkt, wenn man etwas ändert, dann hat man vielleicht noch mehr Potenzial oder erreicht die Zielgruppe noch besser oder kann noch andere Impulse setzen. Also funktioniert hat es, aber natürlich haben wir es dann über die Zeit weiterentwickelt. Sie haben das vorhin auch schon ganz kurz angesprochen. Ich will es trotzdem nochmal aufwerfen, weil ich diesen Aspekt spannend finde und auch wirklich extrem cool finde, dass ein Automobilhersteller oder eine Motorsportsparte von einem großen Automobilhersteller das dann wirklich so sich auf die Fahne schreibt. Sie haben im Internet geschrieben, der Simracing-Bereich von BMW soll eine gleichberechtigte Säule im Rennsportprogramm von BMW sein. Was bedeutet das jetzt ganz pragmatisch? Man setzt ja definitiv, denke ich mal, nicht genauso viel Geld da rein wie jetzt in die Rennsport-Sparte. Wie kann man das ungefähr vergleichen oder was meinen Sie damit genau? Ich glaube, es geht nicht um Geld, sondern es geht um Fokus und Energie. Wenn Sie mir glauben, mache ich den Vergleich mit Langlaufen und Biathlon und Schießen. Also es gibt die Sportart der Gewehrschützen und es gibt die Sportart des Langlaufens. Es gibt aber auch die Sportart des Biathlons. Und genauso sehen wir das da auch. Was für uns wichtig war, ist, dass wir nicht sagen, Simracing ist nur ein Stepping Stone, um in den richtigen Motorsport, in Anführungszeichen, zu kommen. Das war nie der Gedanke, sondern es steht wirklich für sich. Da gibt es eigene Karrieren drin, es gibt eigene Heroes, es gibt eigene Technologien, es gibt eigene Herausforderungen. Und die muss man genauso individuell bedienen, wie es in jeder anderen Motorsportdisziplin der Fall ist. Das war der grundsätzliche Mindset, mit dem wir da reingegangen sind. Und aus diesem Verständnis entwickelt man dann eben, wie wir es gerade angedeutet haben, das Programm. Was man denkt, was man Gutes tun kann, wie man Erfolge, sportliche Erfolge erzielen kann und wie man eben auch Technologien platzieren kann. So war die Herangehensweise. Und dann gleichberechtigt bedeutet auf der anderen Seite auch, dass die Berichterstattung für uns jetzt in allererster Linie mal keinen Unterschied macht, ob es ein Formel E-Rennen ist oder ob es ein Simracing-Event ist oder ein GT-Rennen oder jetzt in Zukunft ein LMDH-Rennen. Vielleicht mal die Frage da reingegrätscht, inwieweit sind die Mitarbeiter aus dem Rennsportbereich da auch mitgezogen und auch die Fahrer? Mir fällt jetzt zum Beispiel Bruno Spengler ein, der glaube ich schon sehr lange und auch mit sehr viel Herzblut dabei ist. Können Sie das auch bei anderen Mitarbeitern beobachten, dass da die Offenheit und Freude relativ groß ist? Ja, absolut. Also das Team ist tatsächlich zum Großteil besteht aus Motorsport-Mitarbeitern. Und wie ich es vorhin gesagt habe, es arbeiten ja nicht immer alle Mitarbeiter an den gleichen Projekten. Und genauso wie vielleicht ein Mitarbeiter an einem GT3-Fahrzeug arbeitet, andere Mitarbeiter am LMDH-Fahrzeug. Da gibt es dann eben auch Mitarbeiter, die für gewisse Zeit am Simracing-Projekt arbeiten. Und ähnlich ist es bei den Fahrern. Es ist, also ich könnte jetzt nicht sagen, dass alle Fahrer ausnahmslos sofort Simracing begeistert waren. Manche haben es schon sehr, sehr lange Zeit für sich genutzt, eben zur Eventvorbereitung, zur Streckenkenntnis oder auch zum Eingrooven auf ein nächstes Wochenende. Dass man den Rhythmus bekommt, was sehr wichtig ist, auch bevor man an ein Rennwochenende einsteigt. Wir haben auch zum Beispiel den Philipp Eng, der ja auch wirklich sehr intensiv und sehr erfolgreich Simracing betrieben hat. Und es gibt eben auch welche, die sagen, nee, ich fokussiere mich auf den realen Motorsport. Und genauso gibt es ja auch Simracer, die sagen, nee, ich will gar nicht real fahren, sondern ich fokussiere auf den virtuellen Motorsport. Und das sind ja alles legitime Ausprägungen und die versuchen wir alle so adk zu bedienen. 2020 dann, während der Corona-Pandemie, gab es dann die ersten Meisterschaften von BMW, also Simracing-Rennen, die Sie organisiert haben. Das waren damals Markenpokale wie der BMW Sim 120 Cup oder der BMW Sim M2 CS Racing Cup. Können Sie kurz vielleicht erzählen, wie das damals lief und was auch der Gedanke dahinter war? Also wie vorhin Ansprungen, wir wollten nicht nur teilnehmen, sondern wir wollten auch veranstalten. Genauso wie wir in Realität ja auch Formate haben, wo private Kundenteams sich an Trophys beteiligen können. Und die Ausprägung da war ganz klar, dass wir den BMW 720 Cup, wie er damals hieß, auf iRacing austragen mit dem M8 GTE. Und da wirklich schon eher professionelle Fahrer ansprechen, heißt nicht, dass die anderen nicht mitfahren können. Aber es war klar vom Format her, dass es da wirklich, dass die Besten der Besten sich da in dem Cup messen können. Und beim M2 CS Racing Cup wollten wir aber genauso auch eine ordentliche Wertschätzung darlegen, auch mit Preisgeld und so weiter, wo sich auch begeisterte Simracer und Hobbygamer gleichermaßen battlen können, weiterentwickeln können, sodass wir neue Zielgruppen erschließen und diesen Förderungsaspekt, den ich vorhin schon angesprochen habe, damit genauso gleichwertig bedienen. Diese Meisterschaften, wenn auch unter anderem Namen, gibt es bis heute. Können Sie auch nochmal vielleicht kurz erzählen, wie das heute läuft? Hat sich vielleicht was geändert? Gab es schon erste Sachen, wo Sie nachjustieren mussten? Wie sieht das aus? Genau, also der BMW Sim GT Cup ist jetzt die Speerspitze unter den Cups für die Top-Athleten, die Pro-Fahrer, die sich auf höchstem Niveau in BMW-Rennfahrzeugen miteinander messen. Natürlich haben wir die Fahrzeugpalette entsprechend angepasst und auch erweitert, sodass man teilweise auch mit mehreren Fahrzeugen sein Können unterbeweis stellen musste. Die BMW Sim Timer Get Tech kam hinzu auf Assetto Corsa, die wirklich die breite Community anspricht, wo man einfach den Spaß am Sim-Racing fördert und das Ganze dann trotzdem hin auf ein sehr, sehr wertvolles Finale führt, aber eben in einem ganz anderen Format, wo es dann wirklich um die Rundenzeit einer einzelnen Runde in der Vorbereitung angeht und es dann erst hingeführt wird zu einem Rennen Richtung den Finales. Und die Sim Trophy, da geht es um die Leidenschaft für Racing mit einem BMW. Das heißt, da würdigt man die Leistung aller Fahrer, die mit einem virtuellen BMW-Rennfahrzeug auf ausgewählten digitalen Rennstrecken und Serien unterwegs ist, sodass man eben da die maximale breite Ansprache hat und eben die Community fördert und auch zusammenbringt. Sind Sie zufrieden mit der Reaktion erst bei der Community? Gibt es genügend Fahrer oder Hobby-Racer, die sich dem angeschlossen haben? Und auf der anderen Seite auch in den Medien. Ist es medienwirksam? Ist es so, wie Sie es sich vorgestellt haben? Ja, ist natürlich unterschiedlich. Also jetzt ist klar, dass so ein, der M2C Racing Cup, der hat eine mediale Aufmerksamkeit bekommen. Die war auch, glaube ich, adäquat. Aber das ist natürlich nicht zu vergleichen mit so einem BMW Sim GT Cup, wo wirklich die Top-Fahrer im Sim Racing weltweit sich auf höchstem Niveau miteinander betteln. Ich glaube, jedes für sich hat die adäquate Aufmerksamkeit bekommen, hat auch die entsprechende Ansprache Zielgruppen adäquat erreicht. Insofern denke ich, ja, passt. Wozu wir jetzt kommen, auch das haben Sie schon angesprochen. Jetzt können wir das nochmal ganz exemplarisch an einem Beispiel zeigen. Ihnen ist ja auch wichtig, dass Sie BMW in die Simulationen kriegen, also in Form von Fahrzeugen. Und das haben Sie tatsächlich vor ein paar Jahren gemacht mit dem BMW M4 GT3. Den konnte man, noch während er entwickelt wurde, also das echte Auto, das gab es noch gar nicht, in iRacing testen. Da wäre jetzt meine Frage vor allem, hatte das Feedback aus der Sim Racing Community irgendwelche Auswirkungen auf die Entwicklung des echten Fahrzeugs? Oder sind dann da die Grenzen doch noch so groß, dass man sagt, okay, was man jetzt da merkt in der Simulation, was die Leute zu Hause, die Sim Racer merken, das ist dann doch nicht direkt so vergleichbar mit dem echten Fahrzeug, mit der echten Physik? Ja, da würde ich gerne ein bisschen ausholen bei der Antwort. Das war ja nicht das erste Mal, dass wir beim Thema virtuelles Fahrzeug präsentieren, was Neues gemacht haben. Der erste Aufschlag an der Stelle war tatsächlich mit dem M2 CS Racing, wo wir tatsächlich taggleich das reale Auto und das virtuelle Auto den potenziellen Kunden vorgestellt haben. Also es hat schon ein bisschen Vorgeschichte und es kam sehr, sehr gut an. Das wurde von beiden Communities sehr gut aufgenommen und dann haben wir uns natürlich gedacht, okay, was ist der nächste Schritt? Und wie Sie gerade gesagt haben, der nächste Schritt war dann für uns, dass es das virtuelle Fahrzeug während der Entwicklungsphase schon zu erleben gibt. Es gab da mehrere Aspekte, die ich nennen würde, die tatsächlich wertvoll waren. Also das eine ist, es handelt sich ja um ein Kundensportfahrzeug, auch wenn es natürlich auf extrem hohem Niveau eingesetzt wird. Das heißt, das Fahrzeug wird verkauft an Privatiers oder eben private Rennteams. Und da ist es extrem wichtig, dass nicht nur die Top-Profi-Athleten sehr gut mit dem Fahrzeug zurechtkommen, sondern sich jeder Fahrer, der mit dem Fahrzeug fährt, nicht nur eine gute Performance abliefern kann, sondern sich auch wohlfühlt. Da geht es um Themen wie Ergonomie, um Raumgefühl, um Sicht. Und diese Themen, gerade was das Wohlfühlen im Auto angeht, gehört natürlich auch die Aerodynamik-Ausprägung, Fahrdynamik-Ausprägung, Vertical-Dynamik-Ausprägung mit dazu. Und da haben wir tatsächlich sehr, sehr ähnlich klingendes Feedback bekommen. Das war wirklich spannend zu sehen. Die Leute, die das virtuelle Fahrzeug gefahren haben, sagen, das Fahrzeug ist sehr gutmütig zu fahren, ist sehr vorhersehbar in seinem Verhalten. Und das konnten wir tatsächlich am realen Fahrzeug einstellen zu bestätigen. Es war genau das gleiche Feedback, was uns auch die realen Testfahrer gegeben haben. Also insofern war es echt schön zu sehen, dass da die Übereinstimmung so groß ist. Ein anderer Aspekt, der natürlich, glaube ich, auch erstmalig und sehr eindrücklich das Erlebnis in beide Welten gebracht hat, war das Lenkrad, das wir zusammen mit Fanatec entwickelt haben für das reale Fahrzeug, das eins zu eins auch nutzbar ist in den Simricks. Bei jedem zu Hause ist es wirklich exakt das gleiche Bauteil. Und da bekommt man natürlich auch dann exakt das gleiche Feedback. Und es war natürlich spannend zu sehen, wie das in beiden Welten aufgenommen wird. Und ich muss sagen, es funktioniert sehr, sehr gut. Natürlich hat ein Simracer vielleicht noch ein paar andere Displays um das Lenkrad rum, aber das Lenkrad an sich gibt ein sehr reales Gefühl. Näher an das reale Auto kann man gar nicht kommen. Jetzt würde ich ganz gerne nochmal darauf zu sprechen kommen, Sie haben ja auch ein Simracing-Team in eigenes. Da sind teilweise richtig starke Piloten dabei. Ich hatte gelesen, aus dem Team Redline zum Beispiel, das sind ja somit die besten Simracer, die es gibt auf der Welt. Wie lief da die Auswahl ab? Wie entscheidet man sich dort für diese Top-Piloten? Also wir haben uns bewusst dagegen entschieden, dass wir ein BMW Motorsport Simracing-Team gründen. Sondern was wir gemacht haben ist, wir haben uns praktisch in der Community umgeschaut, welche Teams gerne mit uns arbeiten würden. Und das heißt, wir haben eine Zusammenarbeit mit drei Teams zuletzt vereinbart gehabt. Das war eben Redline, BS Plus Competition und G2 Esports. Und das war natürlich ein Auswahlprozess, der für beide Seiten auch passen musste. Also es gab auch Teams, die gesagt haben, nein, sie wollen nicht mit einem Automobilhersteller direkt zusammenarbeiten, sondern wollen unabhängig sein, was wir natürlich auch absolut respektieren. Aber wir sind extrem happy mit den Teams, wo wir eine Zusammenarbeit vereinbaren konnten. Und es ist tatsächlich so, dass die Teams dann eventspezifisch, autark, die Fahrer auswählen, diese für und mit BMW dann ins Rennen schicken. Gibt es denn auch Möglichkeiten, bei Ihnen als quasi Simracing-Amateur reinzukommen? Wenn ich das richtig recherchiert hatte, gibt es bei Ihnen ja auch eine Sim-Academy? Genau, also die Sim-Academy ist ein weiteres Element, was wir gesehen haben in der Zeit, dass es einen Bedarf gibt. Die Sim-Academy richtet sich daran, dass man auf verschiedenen Stufen seiner Entwicklung als Simracer eine Unterstützung haben kann. Also es gibt ja was Ähnliches im realen Fahrbetrieb auch. Das ist die BMWM Driving Academy, wo man eben lernt, mit seinem BMWM-Produkt auch im Grenzbereich zu fahren, real und analog haben wir das dann übertragen für Simracing, dass wir eben auch da ein Angebot haben, sowohl für den geneigten Rookie, der ambitioniert in das Thema reinkommen möchte und sich da in allen Bereichen des Fahrens Tipps und Trips abholen möchte, auch zum Thema Setup, zum Thema Fahrlinie, zum Thema Vorbereitung, wie gehe ich ein Rennen an, Rennstrategie und was es dann alles gibt, bis hin tatsächlich zu schon sehr etablierten Fahrern, die dann eben von so renommierten Top-Größen wie einem Max Bennecke oder einem Bruno Spengler sich dann auch ein paar Insights abholen können, um noch besser zu werden. Und insofern, ja, die Academy trägt ihren Teil dazu bei, Fahrer weiterzuentwickeln, aber wie ich es vorhin gesagt habe, wir nehmen die Simracer nicht direkt bei BMW unter Vertrag, sondern die Simracer finden dann eben in einem der Simracing-Teams ihr Zuhause und wir sprechen natürlich regelmäßig mit verschiedenen Simracing-Teams und die können sich bewerben, praktisch für, um mit BMW zu fahren und wenn man dann zusammenkommt, dann gibt es in Zukunft vielleicht eben noch andere Simracing-Teams, die mit BMW an den Start gehen. Vielleicht da nochmal die Nachfrage, wenn es darum geht auch, diese richtig guten Simracing-Teams für BMW zu gewinnen. Wie schwer ist es da auch, mit anderen Automobilherstellern in Konkurrenz zu stehen? Haben Sie das schon erlebt, dass Sie gemerkt haben, das Simracing-Team hat auch Kontakt mit einem anderen Team und da wird es vielleicht schwieriger, das zu verhandeln? Ich meine, das ist ja erstmal legitim. Das ist ja Teil des Wettbewerbs. Das ist ja genauso im Realen, wo auch vielleicht ein Fahrer mal den Hersteller wechselt, das ist ja nichts Ungewöhnliches und das ist eben Teil der Competition. Aber genauso ist es da eben auch wichtig, dass man ein attraktives Angebot hat und ich glaube, wir haben vorhin unsere Strategie schon erläutert, wie wir da rangegangen sind, wie wir das aufgesetzt haben, eben nicht als Werksteam irgendwie versuchen, alle platt zu machen, sondern als Teil der Community versuchen, das Thema holistisch nach vorne zu bringen in allen Aspekten, in allen Dimensionen und das hat scheinbar bisher sehr guten Anklang gefunden. Auch das Angebot, das wir den Teams dann machen, das reicht ja so weit, dass sie selbst ein Physio-Coaching bekommen mit den gleichen Coaches, wo auch die realen Rennfahrer entwickelt werden. Da arbeiten wir natürlich auch mit sehr erfahrenen, renovierten Partnern zusammen und dieses Gesamtpaket, glaube ich, war bisher sehr interessant, zumindest können wir uns bezüglich des Zuspruchs nicht beklagen. Ein Thema würde ich ganz gerne noch ansprechen und zwar ist das die BMW Sim World Tour. Die gab es in der Vergangenheit, so wie ich das gesehen habe, allerdings erst mal nur durch Österreich. Können Sie da auch noch mal kurz erklären, was es damit auf sich hatte? Ja, das war eine schöne Sache. Das hat mich wirklich gefreut. Das war ein Thema, um auch die BMW Händler in dem jeweiligen Land damit einzubinden und da wirklich auch einen super Brückenschlag herzustellen. Das hat am Salzbrüllen gestartet und dann ging es eben durch ganz Österreich, verschiedene Stationen und dieses gemeinsame Erlebnis zu sagen, man fährt Sim Racing und man erlebt aber auch die ganze Produktpalette von BMW, glaube ich, hat ganz gut funktioniert, weil es ist einfach ein schönes Erlebnis ist und ich kann mir gut vorstellen, dass es sich weiterentwickelt, aber dazu brauchst du natürlich den Bedarf und die Bereitschaft, in dem jeweiligen Land das durchzuführen, aber das ist sicherlich ein Thema, das wir, wenn die Lage in der Welt sich ein bisschen beruhigt hat, sicherlich weiter noch mal Berücksichtigung findet. Vielleicht auch da noch mal die Frage, weil jetzt das Ganze ja tatsächlich in Österreich stattgefunden hat. Sie kennen das ja, Sie haben ja dann in mehreren Ländern auch zu tun, was das angeht. Können Sie vielleicht auch mal sagen, was Sie für ein Gefühl haben, inwieweit Deutschland ein Sim Racing Ort ist in Europa? Ist das europaweit eher sehr attraktiv oder gibt es da Länder, wo das noch attraktiver ist? Naja, ich glaube, man sieht allein schon an der Menge an Fahrern und auch an den Top-Fahrern, die aktiv sind und auch die Orte, wo auch Top-Teams sich verankern, sieht man glaube ich schon, dass Sim Racing in Deutschland sehr stark ist und auch eine sehr breite Community und auch Historie schon hat. Also von daher glaube ich, ist Deutschland sicherlich ein starker Markt für Sim Racing. Ich würde jetzt ganz gern langsam zum Ende kommen und dann noch mal das aufnehmen, womit wir so ein bisschen eingestiegen sind auch. Die Corona-Pandemie war ja ein riesiges Sprungbrett für den Sim Racing Sport. Die Pandemie, sie ist noch nicht vorbei, aber es hat sich alles ein bisschen entspannt. Motorsport kann ja zum Glück auch wieder alles richtig stattfinden. Haben Sie deshalb jetzt so ein bisschen gemerkt, dass der Hype nachgelassen hat jetzt nach den Corona-Lockdowns oder haben Sie das Gefühl, die Corona-Pandemie hat den Sim Racing wirklich genutzt und jetzt tatsächlich auch gar nicht so viel wieder weggenommen, jetzt wo die Pandemie ein bisschen zurückgefahren ist? Ja, aus unserer Sicht hat Sim Racing natürlich einen wahnsinnigen Boost erlebt, also ein beschleunigtes Wachstum, aber es gab vorher ein Wachstum und Sim Racing wächst weiter. Die Zahl der Events und der Serien nimmt zu und dieser Trend kann sich aus unserer Sicht auch weiterhin fortsetzen. Also das gilt sowohl natürlich für unsere Teams und Fahrer als auch für die Fahrzeuge und die Plattformen, auf denen es passiert. Wir sehen weiterhin die Entwicklung von Sim Racing wachsend und sehr positiv. Dann würde ich jetzt auch schon zur letzten Frage kommen. Sie haben das gerade gesagt, Sie denken, dass es auf jeden Fall mit dem Sim Racing weiter bergauf geht. Darum natürlich die Frage direkt verbunden, was möchte BMW zukünftig noch mit dem Sim Racing Programm erreichen? Wir haben ja jetzt schon die Säulen gelernt, die Sie haben wollen. Haben Sie da noch was anderes für die Zukunft, was Sie interessant finden oder wollen Sie erst mal das, was Sie jetzt haben, die Basis weiter stärken? Also wir möchten zunächst mal unsere Führungspositionen im E-Sports-Segment weiter ausbauen. Die Basis, die wir gelegt haben, ist, glaube ich, ganz gut. Aber im Sim Racing ist natürlich jede Menge Bewegung. Das heißt, man muss auch reagieren und auch da die Entwicklungen genau beobachten, auch die, die sich im realen Motorsport ergeben. Wir haben ja zuletzt auch gesehen, dass es Hybride-Meisterschaften gibt. Sicherlich auch ein sehr spannendes, spannendes Thema, spannendes Feld. Und neue Fahrzeuge werden wir sicherlich im Sim Racing etablieren. Wurde vor kurzem auch veröffentlicht jetzt. Und ich glaube, dass das auf sehr große Begeisterung stoßen wird, das Fahrzeug. Und zugleich, ich habe es jetzt schon so ein bisschen angeteasert, haben wir natürlich auch noch die Vernetzung von Sim Racing mit anderen E-Sports-Disziplinen mit ganz spannenden Formaten, ganz verrückten Kombinationsmöglichkeiten, die sich daraus ergeben. Und ich denke, das wird weiterhin spannend bleiben. Und wir versuchen natürlich, diese Chancen, die sich da ergeben und die Dynamik, die das Thema hat und auch ermöglicht, weiterhin zu nutzen und auszubauen. Wir von Virtual Racing wünschen alles Gute, dass das alles so klappt, wie Sie sich das vorstellen. Und ja, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen, vielen Dank, Rudolf Dietrich. Sehr gerne. Dankeschön. Wir sind schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angekommen und ich fand es wirklich unfassbar interessant, mit jemandem sprechen zu dürfen, der so tief verwurzelt ist im Motorsport und zu hören, was er über Sim Racing denkt. Seid ihr schon mal mit dem Sim Racing Programm von BMW in Berührung gekommen und wie findet ihr es? Schreibt es uns gerne in die Kommentare auf YouTube, Instagram oder Facebook. Mir bleibt jetzt nicht mehr viel zu sagen, außer, dass ich mich schon darauf freue, wenn ich euch und den nächsten Gast in den nächsten Wochen hier begrüßen darf. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, bleibt gesund und dem Sim Racing sowie Virtual Racing gewogen. Bis dahin, keep Sim Racing und ciao. Bis dahin, bis dahin. Bis dahin, bis dahin. Bis dahin.